In dieser Übung schauen wir uns das Dokument an zum Thema Suchen und Ersetzen. Unten in der Beschreibung gibt es natürlich wieder den Link zu meiner Webseite und auch zum Übungsdokument. Grundsätzlich sollte jeder von euch die Funktion STRG und F kennen, um etwas zu suchen. F für Feind, STRG und Feind. Damit kann man auch auf einer Webseite, in einem PDF-Dokument und so weiter nach Textpassagen suchen und diese finden. Im Word Textverarbeitungsprogramm haben wir natürlich auch so eine Funktion und wir können sowohl nach etwas suchen, als auch nach etwas suchen und das automatisch ersetzen lassen. Zum Beispiel wenn ein Name falsch geschrieben ist und der soll im ganzen Dokument geändert werden. Dafür haben wir rechts oben hier, gleich bei Start bleiben, neben den Formatvorlagen, die wir schon kennengelernt haben, hier oben suchen. Wenn wir nur auf suchen drücken, kommt hier auf der Seite schon die Navigation, wonach wir suchen wollen. Wenn wir hier auf dem Pfeil nach unten klicken, können wir sagen suchen oder auch die erweiterte Suche, wo dieses Fenster aufgeht, um nach bestimmten Sachen zu suchen. Weiter unten geht es dann auch noch einmal zum Übungsbeispiel selber, nämlich wir sollen jetzt nicht nur nach einem Wort suchen, sondern dieses auch ersetzen. Dafür klicken wir einfach oben bei Suchen auf dem Pfeil nach unten, klicken auf Erweiterte Suche und, das kann ich reduzieren, und wir brauchen in dem Fall nicht die Suche, sondern beim zweiten Punkt, bei der zweiten Karteikarte, haben wir die Funktion Ersetzen. Dort klicken wir einfach hin und suchen nach Christoph und ersetzen es durch Christoph. Suchen nach dem falsch geschriebenen Wort, ersetzen durch Christoph. Wenn wir auf Ersetzen klicken, dann würde er uns jetzt zeigen, was er ersetzen will oder mit Alle ersetzen würde er im gesamten Dokument einfach alle ersetzen und dort haben wir dann eben diese zwei Treffer gefunden und es wurde schon ersetzt und richtig geschrieben. Dann können wir weiterschauen, suchen Sie nach dem Wort Grill und ersetzen Sie alle gefundenen Dokumente durch Grill. Wenn wir wieder bei Suchen auf dem Pfeil nach unten klicken und auf Erweiterte Suche, können wir wieder eingeben, Grill und ersetzen durch Grill und mit Alle ersetzen haben wir dann alle Treffer gefunden und es ist alles entsprechend dem Dokument ersetzt worden. Wenn dir das Video gefallen hat und du weitere kostenlose Videos sehen willst, lass mir ein Like hier und abonniere bitte den Kanal. Bis zum nächsten Video.